Herzlich Willkommen bei Konto. Verwaltet Ihr Unternehmen mehrere Bankkonten und Sie müssen ständig zwischen verschiedenen Anwendungen jonglieren, um Ihre Transaktionen zu verfolgen? In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Bankkonten und Zahlungslösung mit Konto verbinden können. Verbinden Sie Ihre externen Konten von über 3000 Banken, um einen sofortigen Überblick über Ihre Gesamtkonten zu erhalten. So können Sie gesunde Finanzoperationen aufrechterhalten. Lassen Sie uns starten. Wählen Sie in der Navigationsleiste Konten und dann Konto hinzufügen aus. Um ein weiteres Bankkonto hinzuzufügen, wählen Sie externes Konto. Konto schlägt Ihnen automatisch beliebte Banken vor. Sollte Ihre Bank darunter sein, wählen Sie diese einfach aus. Falls nicht, können Sie nach Ihrer Bank oder Ihrem Zahlungsdienst suchen. Nachdem Sie Ihre Zugriffserlaubnis gegeben haben, loggen Sie sich wie gewöhnt in Ihre Bank ein. Ihre Daten sind sicher und durchgehend verschlüsselt. Wählen Sie dann das Geschäftskonto aus, das Sie mit Konto verbinden möchten. Sobald Sie Ihr externes Konto verknüpft haben, können Sie nicht nur Ihre Kontotransaktionen, sondern auch die Ihrer anderen Konten einsehen. Von hier aus können Sie Rechnungen zu Transaktionen von externen Konten anhängen, externe Transaktionen exportieren und erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Finanzen. Eines meiner persönlichen Highlights. So haben Sie Ihren Cashflow vom Konto und allen verbundenen Konten immer im Blick. Oder Sie widmen sich gezielt einzelnen Konten ganz nach Ihren Wünschen. Damit sind wir auch schon am Ende unserer kurzen Videoanleitung. Jetzt können Sie Ihren Cashflow noch besser im Blick behalten. Für zusätzliche Informationen wenden Sie sich an Konto.com oder unsere anderen Videoanleitungen.